Wieso bin ich immer Captain? Ich spiele das zweite Mal gefühlt in meinem Leben Ranked, zumindest ist es drei Jahre oder so, ja, und ich muss schon wieder die Leute auswählen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wer wie gut ist. Das heißt, ich nehme einfach nicht den Unranked-Typen, sondern vielleicht den einzigen, der Support spielen würde hier. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man einen dedizierten Support nimmt. Ah, ne, der ist auch Support. Okay, der kann hier nur beides nehmen. Hoffentlich nimmt er nicht den Support. Ah, verdammt, der ist schlau. Es gibt auch zwei Midlaner, dann würde ich jetzt einen der Midlaner, obwohl da bleibt ja eh einer bis zum Ende übrig. Dann nehme ich einen Safe-Laner und der macht Mitte oder Safe. Nehmen wir noch einen dedizierten Midlaner, Rudge oder Aileen? Ich glaube an beide irgendwie nicht. Nehmen wir Aileen. Und jetzt bleibt noch eine Midlaner und damit haben wir ein kleines Problem. Aber kannst halt nicht immer verhindern, ne? Die Rollen sind auf keinen Fall richtig verteilt gewesen jetzt. Gab auch nicht alle zur Auswahl, glaube ich. Also ich probiere mal Offlane zu bekommen. Okay, scheinbar funktioniert das. Aileen ist eigentlich für die Mitte von mir gedraftet worden. Jetzt will irgendwie jemand... Ah, ne, Aileen will Mitte. Ich weiß gar nicht mehr, ob Swayta jetzt Mitte und Hardcarry war. Ich glaube schon. Hm. Ja gut, er macht fünf. Ich glaube am Ende muss einer den sauren Apfel beißen. Und da ich ja Content mache, will ich meine Offlane spielen. Ist echt nicht so geil das System für Immortal ohne krasse Ränge, weil man sich nicht gut gegenseitig kennt und diese Auswahl gar keinen Sinn macht. Da hätte ich es einfach lieber vom MMR her balanciert. Und man arrangiert man sich. Man hat ja am Anfang sowieso die Rollenauswahl. Weil ich habe auch mit der normalen Rollenauswahl gesucht. Also keine Ahnung. Nehmen wir Legion Commander. Die ist lustig gegen die Chen Creeps und so. Ich spiele sie gerne. Hatte jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte den Ursa nicht zum Picken zwingen. Habe mich verplappert. Ich habe die erst einmal gespielt. Direkt nachdem der Patch rauskam. Da war das noch ein bisschen verbuggt, dass sie manchmal ihren Spell nicht benutzt, wenn man duelliert. Aber das ist bestimmt mittlerweile in Ordnung. Vanguard Legion? Oh ne, gegen Jugger. Ich hasse es, gegen Jugger zu lanen. Ich verliere die Lane immer. Ja, Vanguard Legion ist wahrscheinlich der einzige Offlane, auf dem man es nicht kauft. Mal gucken. Ich denke, das Start-Item-Bild ist gar nicht so schlecht. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Könnten uns überlegen, ob wir einen Bracer kaufen. Face Boots, Blade Mail, Dagger. Einfach so. Ich denke, ich kaufe eine schnelle Blade Mail in dem Spiel. Und Face, ich brauche auch sehr schnelle Face Boots, fällt mir gerade auf. Tatsächlich. Es wird sonst schwierig, vor dem Jugger wegzukommen. Ich mache immer ganz gerne drei Branches, ne? Magic Wand und dann aus Zweien bauen. Und dann den letzten, falls man ihn braucht, noch mit dem Tango zusammen verwenden. Ich finde es so interessant, dass ich die ganze Zeit Captain bin. Weil, ich weiß auch nicht, ich wollte euch jetzt einmal hier diesen Draft noch zeigen. Weil ich kann das ja gar nicht. Also, man sollte vielleicht zumindest die ersten vier, fünf Partien, die man sucht, im neuen Ranking-System nicht direkt Captain werden können, oder? Heißt aber auch, dass ich das höchste MMR hier mithabe. Was ja schon sehr, sehr cool ist. Außerdem ist es auch für die Spiele viel geiler, wenn man nicht draftet, sondern spät gepickt wird. Ist ja klar, ne? Wenn man so der Letzte ist, der sich reinschiebt. Also hier ist noch egal, weil keiner sieht, wer wie viel MMR hat. Aber später mit Rängen, ne? Ja, also Magic Wand, Bracer und Faceboot sind meine ersten Items. Ich bin immer noch am hadern, ob ich einen Vengard kaufen sollte. Aber es ist auch, es ist zwar broken, das Item, aber es ist nicht gut gegen die Gegner unbedingt. Höchstens noch gegen den Chen. Bisschen gegen den Jugger auf jeden Fall auch. Ja, ein bisschen ist das okay. Die haben irgendwie so einen Line-Up. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich sterbe die ganze Zeit gegen ihr. Wir brauchen noch eine Pipe in dem Spiel eigentlich. Relativ viel Magic Damage. Und die müsste ich kaufen. Vielleicht kaufe ich eine Pipe hier. Legion Commander mit Pipe. Deshalb sollte man heutzutage oft Offliner spielen, die gerne Aura-Items besorgen. Hoffentlich werden sie da nicht first blooded. In meinem ersten Ranked ist genau das ja passiert auf der Bot-Line. Ich verfolge mal noch ein bisschen. Wieso nicht? Können sich nicht mit uns anlegen. Darauf hatte ich gehofft, dass der Jokiro genau dieses Play macht. Oh, mit dem Bonus-Damage durch die Creeps. Reicht. Sogar mehr gemacht, als ich dachte. Ich bin falsch gelaufen. Ich schiebe alles auf die neue Map. Jeder Fehler. Ich kriege die gelastetet. Das war's mit meinem Mana. Ich muss direkt ein Magic Wand als erstes. Oh, hätte er ihm fast geschenkt. Das war jetzt auch der zweite Spin von ihm. Er hat aber noch sechs Stick Charges. Wieso seid ihr jetzt nicht mitgekommen, ihr kleinen Säcke? Jetzt muss ich da vorlaufen. Radiant's Courier hat getötet. Geht er jetzt nicht zu tief rein? Noch ist er eigentlich allzu stark von den beiden. Als nächstes kaufe ich Boots. Anstatt Brace habe ich mir gerade so überlegt. Vielleicht hätte ich sogar den Pull ermöglichen können. bin ich ganz sicher. Okay. Ah, verdammt. Den hätte ich hinein müssen. Bitter, der war schon free. Zum Glück auch kein Chen direkt aus dem Major, sondern irgendein Pub-Chen. Ein wenig Schaden davon. Ja, zu zweit gemacht. Ist gut, dass er immer probiert zu Pullen, wenn der Chen es nicht auffällt. Ist richtig nice für uns. Bisher läuft's. Verhalten optimistisch. was die Lainern geht. Ah, hier hätte ich Q machen sollen. Ich hatte es schon auf dem Finger. Ich habe das Arcana noch nicht so lang in diesem Bundle gewählt. Der Damage mit den beiden. Unfair. Hashtag unfair. Wir pushen sie immer ein bisschen rein. Das liegt natürlich viel an mir. Scheiß Creeps, man. Ich glaube, den kriege ich nicht den Ward. Leider, der war gut platziert. Fortifier mal gang. Ja, vielleicht war das ja, aber okay. War doof von mir. Wieso habe ich jetzt Agro gezogen? Alles schief gegangen. Voll viel Schaden umsonst genommen. Das brauchen wir noch nicht. Der war doof. Ich dachte irgendwie, ich komme damit vielleicht an den Ward, aber das war... Die war ja nicht schon praktisch geheilt da. Danke. Juggert so eine krank schnelle Attack-Animation. Dafür schlagen wir uns Lasted. Technisch denke ich ziemlich gut. Ich will, dass die zurückkommen, die Creeps nicht den Leiber machen. Ah! Ah! Guck mal! Okay, dann lassen wir... Ganz seltsame Lane. Ist doch alles komisch. Komisch zu spielen. Ich habe es doch gewusst, die laufen nach hinten, ey. Fuck. Dachte der Jakiro hält die kurz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mache. Mal den Chen rausgesaunt. Wir kriegen die Wave. Egal. War ja noch in Ordnung. Jetzt habe ich Faceboots. lange auf dieses Power-Upgrade gewartet. Press. Ich habe wenig Mana. Also skill ich es mal nicht. So, das war eine Zeus-Ult-Dier. Ich muss ja aufpassen. Jetzt geht es mir. Das ging mir. Okay, ich war eh tot durch den Patsch. Mann. Ist doch so doof, dass die nicht auf dem Hotkey lagen. Ich hatte nicht die Zeit in einem Kampf. Dafür bin ich zu sehr Boomer. Dadurch habe ich meine Faceboots zweimal nicht richtig gut verwendet. Naja. Egal. Durch die Patsch-Rotation war ich da eh tot. Aber der Dive hinter den Chen, der war natürlich blöd. Ich wollte nur unbedingt verhindern, dass er Healing Ward hat. Da habe ich, glaube ich, nochmal die Faceboots missklickt. Zum Glück habe ich sie mir nicht noch aus dem Inventar gezogen oder so. Immerhin konnte ich sie schwächen. Das war wieder sowas. Wäre ich jetzt da rein? Wäre gestorben. Wäre meine Lane vorbei. Jugger ist einfach krank alleine. Ich glaube, ich war trotzdem mein Skill-Build noch bei. Patsch das raus. Easy Win für uns. Ne. Sieht nicht gut aus bisher. Der Ricky stirbt auch oft. Naja gut, zweimal ist er jetzt gestorben. Ist trotzdem nicht gut. Slark hat 1-1. Ich habe nur 1-1. Der Jokiro ist zweimal verreckt. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn mit Press hätte retten können. Auf der Lanes bringt einfach nichts gegen Spin. So. Weiter geht's. Ich habe mit Ricky und Slark potenziell sehr viel Damage im Team. Sehr viel Physical. Das heißt, in die Richtung muss ich wahrscheinlich selber nicht mehr so viel machen. Ah, ich hätte noch einmal schlagen sollen. Es war optimal gespielt, dem Hook auszuweichen, aber ich habe einen Hit zu wenig angebracht. Hätte wahrscheinlich nicht geholfen. Naja. Slark probiert sich nochmal gegen 3. Das Perun geht an uns. Oh, scheiße. Er hat sich ungebracht, glaube ich. Ah, Donne. Ich hatte noch ein Lotus-Ding. Diese Lotus-Teile vergesse ich einfach immer. Das ist so schlimm. Ich habe auch wieder kein einziges gesammelt. Ah, es sieht nicht gut aus. Ihr merkt es schon. Wir werden ziemlich gekytet. Die Gegner überleben immer ganz, ganz knapp. Zumindest ist Slark nochmal weggekommen. Wanna stay top? Erken Bot. Ja. Gehen wir runter. Das ist eine harte Lane. Die kann ich nicht gewinnen. Der Ex ist stärker. Ah, ich kann ein bisschen verteidigen. Es zögert den Tower-Kill minimal heraus. Und ich kriege vor allem Farm. Mein Level 6 und so. Könnte ich über das Twin-Gate gehen. Mitte ist auch. Der Riki kommt auch runter. Ah, diese Dives immer von uns gegen den ganzen Magic-Damage. Geht auch sehr, sehr schlecht aus, der Kampf. Bin noch nicht mal 6. Er denkt, glaube ich, ich oppresse die Attack. Deshalb macht er nicht Battle-Hangar. Aber ich kann auch nichts gegen ihn machen. War ganz gut gespielt. Auf die Püps zu warten. Hm. Hier. Oh, die haben mich entwaffnet. Wie scheiße. Broom-Handle. Duellist-Gloves. Auch gut. Ich glaube, ich nehme die Gloves. Mal probieren. Relativ gut. Das habe ich immer in Duell. Und wir haben den Tower irgendwie gehalten. Der Patsch ist einfach immer zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort. Ich bin versaut. Ah, ich habe den Sieg noch bekommen. Easy. Mit dem letzten Proc. Dadurch war es gut. Ich wollte davor Duellen. Ich glaube, es ist durch den Berserker's Call knapp nicht durchgegangen. Naja. Das Duell nehmen wir auf jeden Fall. Es hätte ja auch andersrum gehen können. Und was skille ich? Vielleicht jetzt Press auf 1 gegen das Member. Hm. Hm. Na komm. Skille wir es auf 1. Sonst bereue ich es am Ende noch. Ich habe kein Duell. Bringt also nicht viel dahin zu gehen. Hm. Top-Lane. Vielleicht habe ich Glück und kann die Überraschung dem Riki ein bisschen helfen. Läuft genau falsch. Ey. Unglaublich. Was cool dann? Was meint er jetzt gegen ihn? Das hätte er nicht getötet dürfen. Jetzt. Ja, das hat er einfach versaut, der Kollege. Ich glaube, er meinte jetzt danach. Aber da hätte er der Schaden nicht gereicht. Jetzt hat er gereicht. Weil er mir reingelatscht ist, wie der Kuh hatte. Ey, der Zeus. Nein. Sehr aktiv, die Gegner. Überall. Aber der Hook war schon zu gut. Ich kriege Duell-Sieger, aber mehr eben auch nicht. Hm. Ansonsten haben wir halt... Ja. Ich glaube noch ein bisschen dran, Leute. Wir haben Riki mit Defoe. Wir haben einen Slark mit Defoe. Können im Late viel machen. Radiant-Strukturen sind fortified. Gleich Blade-Mail. Q auf Max-Skillen. Ich kann auch duellieren und dann macht er automatisch Q-No. Und ich kann auch im Duell Q machen. Aber es ist halt so ungewohnt für mich die Mechanik. Der benutze ich es dann meist davor, wie beim Duell gegen den Jugger zum Beispiel. Aber wenn es auf Cooldown ist, dann prockt es ja trotzdem nicht. Ah, ich gehe hoch. Ich brauche die Blade-Mail und ich kann hier die Wave holen. Und den Chen aufhalten. Unter anderem wegen ihm habe ich auch die Legion gepickt. So, wir haben zumindest Blade-Mail. Der erste Schritt ist getan. Im Jugger will ich mich wirklich ungern. Na. Wait. Laid forts hier. Diesmal nicht, mein Lieber. Der wurde auch schon gedustet. Boah, die gehen echt tief. Könnte klappen, weil die AA-Ultistark ist. So ein Spiel, wo man immer knapp zu spät kommt. So eine Millisekunde. Ich war einfach zu langsam, minimal. Da gefällt mir gar nicht die Position, ne? Das wird kein Kill. Ich glaube, wir machen können. Ich glaube, ne? Ah. Im Endeffekt kriegen wir da nichts. Hätte ich Blade-Mail machen sollen im Duell gegen den Zeus? Das macht halt sehr wenig. Aber wahrscheinlich trotzdem. Egal, jetzt kommt der Ricky rein. Und theoretisch ist der Pick halt richtig nice gegen die beiden. Also gegen die Gegnerin. Vor allem gegen den Zeus. Oh, guter Kampf. Guter Kampf. Ich muss nur tanken. Ich brauche trotzdem Dagger. Oh, Dagger hier. Echt viel abgebrochen wird. Ist nicht gut gegen Zeus. Gegen Battle Hunger. Gegen den ganzen DPS von Rod und Blade Fury und so. Vielleicht hätte ich Pipe gehen. Straight up. Ich glaube, ich gehe trotzdem Dagger. Ist zu wichtig auf Legion. Das ist schon eine Sau, der Typ. Richtiger Tryhard. Jetzt kann ich die Elu nicht nehmen. Das hat denn der so wahrscheinlich nicht viel. Ah, geht Aga, aber. Ich glaube, der letzte Kampf, der hat uns wieder ein bisschen ins Spiel gebracht. Und die Gloves gefallen mir. Abklingzeit Bonus. Ja, Bonus-Schaden. Das eine oder andere kleine Duell will ich mir schon noch holen. Ich sehe meine Rolle hier nicht als Damage-Dealer. Und die ist auch unangenehm, weil ich muss halt vorne tanken. Wenn ich kann. Und auch sterben. Aber alles für den Sieg. Ich will den Quatsch achten. Ich muss den Boss brauchen, Gold. Nicht den Tower-Clan da. Hm. Viele am Hm sagen, die Runde. Ich bin auch viel am Überlegen. Death's Bounty. Schade. Das war ein kranker Wurbelsturm, Bro. Ha! Danke dir auf Chen. Sehr, sehr lieb. Das war der Chen, ne? Gut, ich tippe hier. Das ist ein Outpost, ne? Okay. Ich lerne noch, Leute. Ich tippe hier zum Outpost. Eigentlich Quatsch. Ich hätte laufen können. Es war nicht kürzer. Ich wollte recht schnell sein. Okay, ja mit. Careful. Oh, er wurde geruckt, der Zeus. Das ist ganz seltsam, dass wir da jetzt kämpfen. Aber wenn es klappt, klappt. Bin ich auch glücklich drum, wenn es irgendwie schaffen. Das ist nur unwahrscheinlich. Unser Call war unten zu pushen und nicht den T2 in der Mitte zu diven. Gerade nicht gegen Patsch. Versaut uns jetzt, glaubt, den Push auf den T1. Nein! Mal mit mir rausbekommen. Oh, da ist nochmal ein Eispass rein. Aber trotzdem mich killen. Warum nehmen wir so komische Kämpfe? Ich meine, da noch reinzugehen ist okay. Aber unser Plan war unten zu pushen. Das war alles so easy. Vor allem der Zeus wurde geguckt, hab ich gesagt. Auf der Minimap. Das macht gar keinen Sinn. Aber irgendwer wurde da gehuckt, glaube ich. Ich meine, ich hab auf der Minimap was in die Richtung erkannt. Weiß nicht genau, wie es geschehen ist. Aber es ist schief gegangen. Gleich, Dagger. Wir kriegen Duell-Siege irgendwie. Keine Ahnung, wie das noch gelingt zwischendurch. Krieg nicht unbedingt Kills. Aber ich krieg viele Duell-Siege. Und er hat vor allem mich dismembert da. Das hat er gut gemacht, der Putsch. Weil ich hatte gehofft, dass er Ricky dismembert. Und ich ihn dann pressey attacken kann. Und dadurch, dass er es nicht gemacht hat, dachte ich es wie auf Cooldown. Vielleicht kam er nicht ran. Vielleicht war es schlau gedacht von ihm. Ich TP wegen dem Farm. Eigentlich hätte ich das jetzt nicht gemacht. Aber ich brauch unbedingt Dagger. Jetzt mach ich's. Die Wave gibt mir das. Wie lege ich's von den Hotkeys? Ich glaub so. Machen wir so. Sehr wichtige Entscheidung. Geil, dass das viel Action gibt. Hier sehen wir wie die Leitraden dann aus. Okay, den Trait nehmen wir doch auch. Mal ein bisschen den Supports ausgeholfen, die schon viel Schaden vorgearbeitet haben. Slug farmt weiter. Leider hat er da einen Streak. Den nehm ich. Ich weiß nicht, was mit der. Hier werde ich bestimmt nicht gesehen. Der macht ja jetzt dann Wharton. Seht ihr? So, jetzt wollen wir nämlich nicht mehr Sidrich um. Fühlen sich vielleicht sicherer, weil sie dachten, ich gehe. Oh, ich hab keinen Dwellig, Idiot. Ich hab's vergessen. Ich hab's legit vergessen. Alles gut gegangen. Das war so ein Easy-Ziel. Der stand so schlecht da, dass ich's nicht fassen konnte. Dass ich keinen Dwellig habe. Aber war noch viel länger Cooldown, als ich erwartet hätte. Kam mir wie Jahre vor, als ich den Ex getötet hab. Wo ist das? Ach, da oben. Leute, ich lerne die Map noch. So, hier. Zack. Die denken sich, was haben wir hier für einen Käpt'n im Draft? Dann Level 2. Come on, Smog. Oh. Oh. I think we are stronger late, right? So, no need to rush. Hm. Joa. Keine Ahnung, was da das Beste ist. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber ich nehme mal das Orb, was cool ist. Smog hab ich gekauft, weil Legion sehr gut duellieren kann am Rand von einem Clash mit dem Smog, wenn man hinläuft. Das ist mal ein Tick schneller und dann sehen sie einen nicht durch den Watt oder so kommen. Duell kommt unerwartet. Das ist ganz gut auf ihr im Midgame. Ich sehe die oben. Ich frage, ob ich... Ah, ich sollte wahrscheinlich gleich zu ihnen stoßen. Das Problem ist, die Gegner sehen, ob das Ricky hier ist. Das heißt, es kann eh sein, dass sie oben angegriffen werden. Und ich will auch nicht im 4 gegen 5 dann teilnehmen. Oh, shit. Ich will TP in. I have TP for bot, if you want. Sie nehme ich hier? Boah, ist sehr krank, der Schaden von Axe. Der Kill war wichtig, aber der Schaden. Ich habe nicht mal Blademail rausbekommen. Ich dachte, ich mache Blademail nach dem Duell. Hätte ich natürlich davor machen sollen. Absolut krass. Ja, Axe ist stark. Axe ist wirklich stark. Hat ja bei mir auch gut funktioniert, als ich ihn gespielt habe. Der hält. Und er hat noch das krasse Set. Verdammt, Mann. Wir kriegen einen Kill und sterben dafür. Die AI-Holt ist geil. Die hatten wir vorher auch gebrauchen können. Ich muss Blademail einfach dann machen. Ist zu gierig. Gerade gegen den Counter-Initiate vom Axe. Weil ich stehe immer vorne. Ich sterbe hier immer schnell. Was kaufe ich? Kaufe ich jetzt eine Pipe? Ich glaube, ich kaufe eine Pipe. Wir brauchen so viel. Aber ich denke, die bringt auch jetzt noch was. Tatsächlich. So. So. Ah ja, geht dieses Ding. Er hat den. Ich glaube, er hat der Eco-Servor den auseinander gebaut. Oder auch nicht. Egal. Er kann davon auf jeden Fall eine BKB machen. Das war wichtig. Zubis. Mal sehen, ob er es noch macht. Riki hat nur Defu. Der hat echt wenig, der Riki. Der geht Aga, was ich gut finde. Ich kaufe auch gerne Aga schnell. Er hat es fast, das Aga. Immerhin. Ein bisschen besser, als ich dachte. Kurz warten. Ich habe 102 Duell-Schaden. Das ist mehr, als es normalerweise sein sollte. Von der Spielqualität, die ich habe. Das heißt, damit kann ich vielleicht noch ein bisschen was machen. Vielleicht sogar ein Solo-Kill. Das wäre so der Traum. Aber ich kann da nicht hin zum Zeus. Zu viel Kauten-Schade. Schon voll damit was zu machen. Mal gucken. Bisschen vorsichtig sein. Kann ja jederzeit aus dem Duell gehuckt werden. Mein Ziel. Und X kann mich jumpen. Ich hätte doch wieder Blade-Man machen sollen. Er ist unfassbar. Unfassbar. Sind sie immer ready. Get out if you can. Den hat er. Den einen, oder? Nee. Hat der nicht noch einen Blink-Strike? Nee. Scheiße. Zu greedy. Der Toys baited ein bisschen. Also Blade-Man hätte da auch nicht viel gebracht. Das ist nur so eine Lehre. Die ich nicht lernen will. Zu stark mit dem Putsch dagegen. Aber Putsch-Duellieren ist echt schlecht. In dem Spiel. Es ist richtig gut, den Zeus zu Duellieren. Eigentlich mit E-Blade und so. Wenn er nichts rausbekommt und stirbt. Ja, komm. Nee. Doch. Oh, war das Lucky. Mein Gott, war das Lucky. Auch wenn er jetzt stirbt. Das hätte fast... Das wäre richtig schlimm gewesen. Jetzt kriegen wir sogar noch eine Bounty. Und er kann nochmal pouncen. Wow. Boah, das war so Lucky. Heiliger Wert. So, ich smoke jetzt. Probier was. Kleine Solo-Aktion. Sie ist Zeit. Scheiße. Facebook ist rausgezogen. Ah, den kann ich nicht killen. Will hoch. Coming. I have Duel. Der Putsch ist nicht da. Kann TPen. Aber dann... Komm, das muss reichen. Das ist stark, ja. Da war er nämlich, der Putsch. Bisschen gebraucht diesmal. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Der Jugger-Kill. Ich decke da nicht rauf. Immer noch gesehen. Ja, probably hier. Kein Gem. Die Skolette lassen wir ihnen als kleines Geschenk. Den Gegnern. Es ist irgendwie auch geil, mit Slug und Rekki zu spielen, weil die wollen halt die ganze Zeit Kills, ne? Und jagen über die ganze Map. Aber es ist auch schwer, hinterher zu kommen. Und für sie genug zu tanken und alles. Geht keine Pipe. Auch keine Pipe. Hier geht Weaves. Ich bin richtig froh, dass ich mit ihr so ein Ding hier... Ah, ich gehe da nicht rein. Apache ist nicht da. X wäre rauf. Ich weiß nicht, ob es okay gewesen wäre. Wäre sehr greedy gewesen, da zu jumpen. Ich wollte eigentlich von dem... Na, egal. Ich dachte, ich rette den Slug. Weil der Patsch hat, der Buyback. Und ich gehe weg von ihm. Aber er ist zu mir gekommen, um mir zu helfen. Egal, ey, Leute. Ich glaube, es ist trotzdem alles gut. Wir kriegen Kills. Die beiden Killsucher. Slug und Rekki werden schon sterben. Nein! Was war das für ein Blinkstrike? Ich wollte gerade Hoffnung schüren. Jetzt sieht es wieder schlecht aus. Team Ripe. Er springt in den AA rein. Oh, arg. Verdammt, Mann. Ich glaube, ich brauche BKB. Nach der Pipe, trotz allem. Habe ich so ein Gefühl, ich kriege so viel Damage. Von allem. Obwohl, die Omni-Ulti. Ja. Hat auch nicht viel, der Jugger. Ja, wir haben keinen Shard. Können Tormenter machen. Wahrscheinlich verteidigen wir es erfolgreich. Bin ganz sicher. Und dann können wir Tormenter machen. Ah, ich kaufe mal keinen. Es ist nervig, dass ich die Hood nicht habe, weil es die nicht mehr gibt. Und jetzt warten muss. Boah, was für ein Typ hier. Vielleicht kann ich ein bisschen baden. Alter, Bruder. Ich muss es immer selber drücken. Ich vergesse es, weil ich denke, er macht es automatisch. War stark gespielt vom Slug auch. Der Chase muss ich gestehen. Das war krass. Schaden. Lebensreaktion. Schaden. Ah, hier den Schaden. So, dann killen wir meine Pipe. Ohne eine Du-Tormenter-Guess. Die werde ich bestimmt nicht vergessen, die Pipe. Nicht so wie mein Wand. Fairerweise sterbe ich immer so schnell. In dem ganzen No-Ehe. Da macht der Wand auch nichts. Ähm. Ne, ich gehe nicht BKW, glaube ich. Wollen wir überlegen, was ich mache. Vielleicht gehe ich Q-Ress, aber gegen die. Ah. Ah, schlecht ist Q-Ress nicht. Aber auch nicht supergeil oder so. Ich kaufe es immer sehr gerne auf Legion für den Attack-Speed. Und ich habe so viel Duell-Schaden, dass es vielleicht doch Sinn macht, auf Physical zu gehen. Die haben halt so viel E-Blades und Ghost-Zepter, weil wir alle Physical gehen. Das können sie extrem gut kontern. Nullifier. Fällt mir gerade so ein. Nullifier ist, denke ich, eine gute Idee. Slug geht nämlich nicht Nullifier. Ja. Und Riki tatsächlich auch nicht. Da geht die da los. Okay, unten geht's ab. Hm. Ich kriege nicht mal One draus, unglaublich. Und davor auch schon wieder, ne? Ich habe zweimal Blade Mail gedrückt und sie ging nicht durch. Keine Ahnung. Hätte ich wohl nicht versuchen sollen zu retten. Ich dachte, der Kampf wird gut mit Pipe und allem. Aber die Kiro ist schnell gestorben. Es waren natürlich fünf Gegner. Wir waren sehr verteilt. Es war zu ungeduldig, von mir da reinzuspringen. Hätte ich nicht machen sollen. Ich war mir sicher, ich töte den Channel, wenn ich dafür sterbe. Naja, so läuft das ganze Spiel. Ich kriege halt dann immer mehr Duell-Schaden. Aber einfach blöd in der Situation. Das ist gar nicht schlecht hier. In dem Spiel. Hm. Aber das ist auch gut. Ich bin nur meistens getauntet und nicht gestunt. Das ist das Problem. Und Armor, naja. Na, ich glaube, ich nehme Clock. Ärgert mich sehr, dass ich da nicht den Chen getötet habe. War ein cleaner Kill eigentlich. Das ist sehr tief vom Pudge. TP mal. Könnte noch gut werden für uns. Na, kann ich jemanden reinbaten? Slug ist hinter mir. Ist schon noch was da. Boah, das ist ein Scheiß. Ah, das ist so knapp, Mann. Ich mache mal nicht Press dagegen. Besser so als nicht. Ja. Besser so als kein Duell-Schaden. Muss ich halt kurz warten. Wieso habe ich 214 Duell-Schaden neben dem Spiel? Ich sterbe die ganze Zeit nur. Also es ist halt wirklich gut, weil dadurch habe ich noch ein bisschen Impact. Und meine Items sind auch ganz gut, was Impact angeht. Vielleicht sollte ich doch mehr Tank-Innes noch holen und nicht Nulli-Fire. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich sollte es nicht machen. Nicht mit Legion. Ich muss einfach tanken. Ich will nicht hart mit Legion kaufen. Oha, my bad. Ich dachte, ihr bläddet sich. Vielleicht Duell. Alle schon tot von den Gegnern? Ich habe... I have Duel. Nein, er hat ihn gegessen. Ich meine, in der Situation ist Nulli-Fire sehr gut. Aber da sind wir auch weit vorn und chasen. Wir wollen vielleicht eher am Anfang vom Kampf viel aushalten. Das ist einer zu tief rein. Was richtig bitter ist. Ah. Nice, das war gut. Kurz haben wir noch. I'm out. Wieso machen wir eigentlich den Torment dann nicht? Unglaublich. Ich gehe curious. Ich habe Bock. Auf geilen Scheiß. Plateman oder Bracer? Plateman. Die haben so viel Magic-Damage, die Gegner. Wahrscheinlich ist Bracer fast krasser. Buyback brauche ich nicht. Bin ich zu cool für. Na, probieren. Guck mal. Ich mache nicht so wenig Schaden. Läuup. Wieder Q selber drücken müssen, natürlich. Okay. Leute, ich mache gute Dinge. Na, die Feier wäre so gut gewesen. Ich bin zu spät rein, ein bisschen. Aber war okay, den einen sterben zu lassen, den Support. 5 Seconds Duel. Oh, 7. Nice. Brauchen sie mich nicht mal. Wir sind so ein Physical-Damage-Line-Up. Absolut krank. Und ich habe einfach eine Q-Res fertig bekommen. Ohne Bracer zu verkaufen. Skadi. Alles am Start. Ja. 2-0 bei Ranked. Oder was? Sieht so aus bisher. Ich will ihn gerne jumpen, aber ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich jump ihn nicht. Axe ist wieder da. Axe ist alive. Krass, Mann. Wir haben eine Lane. Wir haben uns im Mid-Game so halb überstanden. Alles der Verdienst des Captains, nämlich mir. Ich wusste halt, wen ich hier zusammen durfte. Yo, Leute. Willst du Roche oder Tormentas? Stuff like that. Oh ja, ähm. Now it's coming down, right? Ja, go down. Schade, oben wäre besser. Wegen Tormenta-Kram. Wir sollten wahrscheinlich den gegnerischen Tormenta auch einfach nehmen und bla bla bla. Keine Ahnung, ob der da ist. Über sowas habe ich keinen Durchblick. Ist mir ganz egal. Ich habe das Gefühl, ich versuche schon mehr auf diese Objectives zu achten, als jeder in meinem Team. Guck, die gehen auch alle gar nicht runter. So, ich bleib jetzt oben. Der Tower, den zu holen, ist auch in Ordnung. Also habe ich nichts gegen. Aber ich glaube, jetzt einfach Aegis und alles schnappen ist super gut. Sieht nach der nächsten Pause aus, falls die Gegner noch Bock haben. Vielleicht sind sie auch mental bereits gebrochen. Geht man mal. Unranked hast du oft die besseren Spiele. Und die Qualität hier ist auch nicht anders. Also fühlt sich nicht anders an. Wird am ersten noch jetzt in dem Spiel. Im ersten war ich vielleicht krasser unterwegs. Aber vom allgemeinen Niveau. Ist auch nicht schlecht. Also macht schon richtig Bock. Alles gut. Wenn wir jetzt hier nicht zu klein reden. Leute. Teilweise auch besser als ich. Warte mal. Falsch rum. Ich Idiot. Ist oben, nicht unten. Irgendwie ein Gedankenfehler. Ach, es war der Vortag. Ich kann ihm hier gut helfen mit QS und allem. Und Riki. Das ist das Problem, wenn man mit so Leuten spielt. Mit Riki und Slark. Das ist einfach auch ein gewisser Spieltyp, der hinter so einem Helden steht. Unglaublich. 2000 Gold an den Ex. Ans Gegner-Team. 100 Sekunden ohne Buyback tot. Absolut krank. Und im aktuellen Meta 35 Minuten wie früher 45. Also richtiger Late-Game-Tot vom Riki Solo. Let's wait for Riki, guys. Bevor wir fighten. Go, Tormentor. Here's Slark. Let's go back. Let's wait. Ich muss jetzt mal ein bisschen, weil die Leute versuchen, jedes Spiel zu verlieren. Ich nehme das jetzt. Habe ich mir verdient. Oh, ist nicht ab. Ist mir auch egal. Also, ob es ab ist oder nicht. Ist natürlich cool, wenn ein Shot da ist. Aber, vor allen Dingen, ich will nicht, dass der Slark kämpft, bis der Riki wieder lebt. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir dieses Spiel noch verlieren. So hintereinander blöd reinrennen. Meine Pipe kam zu spät. Aber sie kam. Besser als nix. Eigentlich jetzt wahrscheinlich Nullifier. Silvege wäre auch okayisch. Aber ne. Ich sehe eher den Nullifier. Oder eine BKB. Ist auch eine gute Option. Aber so langsam kommen wir in eine Zeit, wo ich als Offlane nicht mehr Ausreden habe, keinen Buyback zu besitzen. Gegner könnten jetzt einfach rausmauken für gegen 5 kämpfen. Das ist alles so ein Quark. We have to wait, guys. We have to wait. Er ist auch super stark. Also, er hat auch Nullifier. Der Riki. Mega die Items. Nein, Smoke. Nee. Wir haben noch eine Weile Ege. Ist jetzt die Frage. Farmen wir einfach? Wäre auch in Ordnung. Gegner kommen halt nicht aus der Base. Die Invis nehme ich. Leider keine Double Damage oder sowas Geiles. Wir können doch erstmal noch Tier 4 Items farmen. Riki ist nicht da. Da kommt der Hurt, wenn er eine Line hat. Das könnte trotzdem reichen. Initiate war so gut. Dachte ich, mache ich auch, wenn der Hurt kommt. Ey, fuck. Go back. Mein Gott, der Dude. Das ist wirklich hart. Vielleicht können wir noch kämpfen, müssen wir sehen. Oh, oh. Ich bin schon echt tot. Ich habe immer noch sehr, sehr schnell. Überlege, ob ich buyback. Okay, ich buyback. Wegen dem Kill auf den Jugger. Schön gemacht von Slark. Aegis ist halt super wertvoll auf ihn. Wenn ich jetzt nochmal reinkomme, ich habe Duell. Was ein Game. Riki gibt alles. Ich will meine MMR zu klauen. Wir müssen jetzt hinterher sterben. Top, 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 top. Zack, krieg einen Komment. Macht das super. Jetzt lag das so schlau. Ich bin so froh, dass er das mit mir macht hier. Mega Creeps schon mal. Objective Gaming. Wir haben nur Supports dafür verloren. Den Kampf zu nehmen, ey. Mit dem Jugger buyback, meine Sterne alle oder so. Dann doch viel, viel lieber Mega Creeps. Werde ich hier gegankt, wenn ich die Lane mache? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich keinen Buy. Oh Gott. Wieso gehe ich es auch ein? Zu früh Press gemacht, aber ist es schon. Slug lenkt auch ein bisschen ab, der ist im Zeustorn. Putsch might come to you, Slug. Ich habe mich nicht vertan. Mit einem Meer wäre ich gestorben. Hat der noch Aegis? Hat er noch 5 Sekunden? Wir spielen drumherum. Nice, jetzt. Scheiße. Mann. Oh Mann, wir verlieren das nochmal. Ich sage es euch. Oh, das sah so gut aus der Kampf. Und da hatten alle wieder volle Leben von den Gegnern. Und irgendwie hat keiner buyback. Der Ricky stirbt 3-mal enteinander unüber. Ich meine, ich habe ja buybacked. Ah Mann, ey. Also es sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Aber ich ärgere mich so, weil ich war mir sicher, ich kriege da einen Kick. Okay. Wow. Okay. Nice, man. Das habe ich nicht gecheckt, dass die dadurch noch sterben. Kein Arganims. Absolut geil. Ich dachte irgendwie, ich kann mir vom Kuchen was aussuchen. Der Patsch hatte irgendwie noch 3 Leben. Der Rest auch. Also die Jugga-Ulti ist so gemein auf mich gesprungen. Slug ist ja bei mir geblieben, damit wir den verteilen. Danach hätte ich ihn direkt duellieren können. Dann wäre er gestorben, der Jugga. Aber nein. Es muss eine mega-Ulti von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet die irgendwie auf dem... Also ihr habt das irgendwie besser wahrgenommen als ich. So. Es war ein richtiger Arbeitssieg, diese Runde. War deutlich hatter als die davor. Ich habe ein paar gute Aktionen gebracht, aber auch ein paar krasse Fehler. Ich komme mit der neuen Legion noch nicht so klar. Habe ich gerade gemerkt. Aber gerade am Ende. Es lief alles so geil. Wir haben es so schön runtergespielt. Gute Kills gemacht. Gute Duelle auch. Schön getankt und so weiter. Und dann... Lasse ich mich da irgendwie reinbeten. Und der Jugga killt mich fast alleine. Sollte ich Ghost-Zepter kaufen? Nein. Das ist Quatsch hier. Wahrscheinlich wäre es ein Shadowblade gewesen. Hätte ich ja schon haben können, das Shadowblade. Kann man jetzt noch kaufen. Jux. Das ist Spaß. Ehe noch cool. Dann noch Buyback für vier Minuten. Kann gut sein, dass ich gleich nochmal kämpfe. Sieht nicht aus, als würden wir durchkommen. Ja, Slug. Sieht recht rot aus. Also ich werde jetzt nicht mit meinem Shadowblade versuchen, da rein zu rennen. Weil wir haben alle Buyback. Ich mache das jetzt einfach mal nicht. Das ist ja so ein typischer Game-Loser. Da jetzt alleine rein zu gehen. Ich sehe schon den Riki. Dass er mega Bock darauf hat. Was ist eigentlich mit Tier 4? Nehmen wir mal eins. Vielleicht finde ich einen Penta-Edged. Sehr greedy. Ja, ich habe eins. Was ist das da? Magie-Resistenz. Und Redirect... Oh. Ah, so tanky bin ich aber auch nicht. Magie-Resistenz und Ausweichung ist auch sehr. Sehr, sehr nice. Damit habe ich meinen Shadowblade-Esser. Ich hätte kein Shadowblade kaufen sollen, ich Idiot. Twixter-Clock wäre genau das, was ich gebraucht habe. Egal, habe ich beides. Penta-Edged ist natürlich auch mega gut. Aber ich nehme Twixter hier. Schwierige Entscheidung. Tatsächlich. Meistens hätte ich Penta-Edged genommen. Wir brauchen nicht mehr Damage. Ich will nur in Mist gehen können. Riki macht wieder. Einen hat er. Gehen wir schon mal hin. Wenn ich jetzt umsonst hoff, ist ja egal. Aber wenn er angegriffen wird und sterben sollte und ich bin dabei, stellen wir beide. Und das ist viel besser. Also bleibe ich in seiner Nähe. Don't you die on me. Bei so Leuten spiele ich gerne den Babysitter. Hoffentlich haben sie hier keine Vision. Ich glaube nicht. Leiden so unter den Creeps, die Gegner. Ich bin echt glücklich, dass wir die Mega-Creeps haben. Mein Gott. Ist Roche ab? Bestimmt ab. Wie viel Glück hat ihr gesehen, wenn Roche ist ab? Ah, AA checkt. Ah, not ab. Wie viel cooldown hat das? 30. Glabeneer wird hier vorgeschlagen. Ne. War kein Frame-Richt Glabeneer. Theoretisch würde ich jetzt Silver Edge kaufen, aber Buyback und so ist nächstes. Wahrscheinlich. Naja, ne. Hart ist mittlerweile Quatsch. Mann. Oh, er geht rein. Jetzt brauche ich gleich Twix für ihn. Fuck. Wie er immer Omni-Slash für mich hat. Egal. Sie mussten schon Fortifyen. Ah, sie haben zwei getötet ohne Buyback. Fokusten mich da schon weg. Kill's for uns. Slug. Throne. Can't fight. Fight is over. Ich glaube, er hätte einen Swound hüten können. Mit den Cutters. Ich glaube, ah. Er ist knapp geworden. Hauptsache, er kommt raus. Quatsch kommt weg. Ja, machen sie ganz gut. Der Jugger macht halt immer Omni-Slash auf mich. Ich hatte leider beide Investinger benutzt. Die Twixler war nicht gut. Ich wollte hinter dem Riki sein. Ich versuche halt so, den Riki zu beschützen. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Zum Glück nochmal ein Kill gegen den Zeus. Alles gut. Die kommen ja auch nicht mehr raus. Throne liegt brach. Ich muss ihn wahrscheinlich doch einfach ignorieren. Obwohl die Press ja gut war. Aber dann kommt der Call hinterher. Und Omni-Slash ist ja eine Sache, die ich nicht überlebe. Selbst mit In-Mist. Gute Chance, dass sie da einen Sentry haben. Patsch ist echt stark gegen mich. Mit den Hooks. Wir hätten fast den Jugger getötet. Ich habe wieder dieses Coup selber machen müssen. Was pitierisch triggert. Aber... Hat nicht ganz gereicht tatsächlich. Ich habe meinen Schaden wohl auch überschätzt. Dachte, wir killen ihn da. Ich habe ja locker vier, fünf, sechs Mal auf den draufgeschlagen. Hätte ich mal Penta jetzt. Hat der MKB, der Jugger? Hat mir so viel Schaden gemacht irgendwie. Gleich nochmal checken. Könnten einfach High Ground gehen. Die haben... Keinen Buyback auf Zeus. Ah, Roche kann man auch holen erstmal. Das macht schon Sinn. Ich gehe da auch hin. Und den Smoke reinziehen. Werden wir gleich benutzen. Danach. I smoke guys. Let's take Roche and smoke up. He has no Buyback on Zeus. Ich smoke auf uns beide, nur ist mir schade egal. Er will's nicht? Okay. Verstehe ich nicht, aber mache ich. Mein Gott. Von mir aus. Pipe oder Blademail? Eher Blademail. Ich glaube so. Interessant, dass er mir Eges gibt. Verstehe ich gar nicht. Ich hätte das wahrscheinlich nicht mal annehmen sollen. Liegt nie meine Pipe raus. Ich habe mich fast schon wieder aufgeregt, dass ich Blademail nicht früh genug gemacht habe. Aber es ist ja alles gut gegangen. Das Duell hat gesessen. Der Pudge ist gestorben. Und durch Eges, das war die schlaueste man über Eber Titan, musste ich von Anfang an mir das Eges zu geben, kam ich dann halt wieder. Und danach konnten sie mich nicht mehr aufhalten. Das hat tatsächlich jetzt sehr gut funktioniert hier. Weil sie immer alles investiert haben, um die Legion zu töten. Obwohl ich ja getankt habe. Also er kriegt einen Command. Und die beiden Supports. Nur Aileen nicht. Da habe ich lange gehadert, ob ich Aileen oder... Ach, ich glaube Rudge. Nehmen wir einen, habe ich beide bekommen. Und Rudge ist dann auf Support gegangen, was ja für ihn spricht. Es ist eigentlich kein Support-Spieler. Also ja, das war doch geil. Das war doch geil. Ganz anderes Element als im letzten Spiel. Ganz andere Dynamik in-Game. Ich merke auf jeden Fall, dass ich ganz viel aus der neuen Map noch gar nicht checke. Also das verzeiht mir bitte. Das ist einfach viel auf einmal. Ich lerne den Patch ja gerade erst mein 8. oder 9. Spiel oder so. Auf dem Patch. Und er ist ja schon eine Weile ins Land gestrichen. Ich habe, denke ich, hier meine Rolle erfüllt. Und die ist viel sterben, viel vorne stehen. Aber... Und was ich auch gut gemacht habe, waren die Duelle. Die meisten. Die hatten hier sehr viel Impact. Aber, aber, aber... Ähm... Ich bin zu schnell gestorben. Mein Item-Bild war nicht tanky genug. Tatsächlich. Lag wahrscheinlich daran, dass ich nicht genug Gold hatte. Ähm... Und die Idee, jetzt Shadowblade und Twixter gegen Omni-Slash zu nutzen, kann klappen. Das hätte ihn auch richtig geowned das eine Mal. Aber da habe ich halt dann gefailt. Da habe ich die Twixter auf Cooldown gebracht. Und dann hatte mich Omni-Slash. Das wusste der, glaube ich, auch nicht. Also da hätte ich ihn, da hätte ich den Kampf schon gewonnen. Das Spiel wäre da vorbei gewesen. Hätte ich das richtig gespielt. Egal. Auf jeden Fall ein paar Fehler, ein paar gute Sachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Und, äh... Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und danke fürs dabei gewesen sein. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.